Der Blick ist aber auch super glücklich. Was solltest du fotografieren und an eure Eingangstür hängen? Da kommt bestimmt kein Einsreicher rein. Wir machen weiter mit der Groß Monika und Tolli. Startnummer 26. Töpfen und Töpfen. Könnt ihr's mal entspannen? Ist vorbei. Töpfen und Töpfen. Töpfen und Töpfen. Vielen Dank.